Und ich bin jetzt auf dem Riss Was ist das blöd, Alter ? Die gehen jetzt richtig dumm auf den Riss, oder so ? Der scherzt gar nicht Die geht nur die auf dem Riss . Ich gehe kaputt Rotier doch nach Inside. Die sind nicht so dumm, oder? Oh mein Gott, die sind so dumm! Das war ja komplett... Das ist aber nicht, das ist das Schlechte. Auch wissen. Hab einen. Hast du keine Leiche fliegen sehen? Sorry. Ich liege aber entspannt eigentlich. Ah ja, jetzt nicht mehr. Hehehehehe Kannst du dir nicht ausdenken? Ja, ich liege entspannt. Boss portet sich direkt auf sein fucking Ohr ab. Ah, ist ja nice. Du hast meinen Fall komplett geblockt. Ich wollte gerade... Ich hab die ganze Zeit gewartet, bis ich mir einen Fall machen kann. Warte, jetzt bin ich zwar. Das ist ein fucking Boss. Warum ist der finishbar? Ja. Wo ist mein Geist? Hä? Hehehehe! Hast du denn schon gefühlt? Warte, bist du schon Rang 11 wieder. Ja. Ja. Vergen. Oh wow. Hahaha. Wow. Das ist mir. Ja. Oh man. Oh. Hä? 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 Hörn ihr das auch? Chor clargut ihr das auch? Nein. Du hab auch einen Arberleck drin oder, Erik? Jaa. Hä? Das konnte nicht gut gehen Eriq, was war das denn? Hä, wo bin ich? Hä? Aber guck mal wie er durchzieht, er ist so ein mutiger Hüter des Lichts. Er hat doch Juggle mein Schild, das ist ja klar. Er ist auch nur Guardian-Rank geweckt, also entweder hat er halt gerade erst angefangen und hat sein Arbeitstier so... Oder er ist halt fucking troll, ich weiß es nicht. Ich glaub, der hat gerade erst angefangen. Das muss er gemacht haben. Der spielt Doomfang mit Arcus. Er hat Doppelautomatik gewertet. Er hat noch süßer Schmerz dabei mit Death for All, One for All. Aber er hat 15.000 Kilo-Arbeitstier. Was ist so ein F***? 15.000 Kilo-Arbeitstier. Was ist so ein F***? Ich glaub, wenn's mir finanziell mal irgendwann nicht so gut geht, ich würd mich zu eventuell durchziehen. Das Ganze werden's besser als arm sein, in so einem Blick. Was passiert eigentlich, wenn ich das hier mache? Oh, lol! Du hast mich auch mitgenommen, den Hund! Ich hab' gerade gelernt, man kann ja in der Golden Gun lernen, dann hat er einen Wurf noch zu werfen. Was zum F*** ist da passiert? Geil, ich hab' Stevo im Team. Kann und win werden. Meine Arme aus. Der hier steht einfach... Jetzt haben wir den Glitsch in der Matrix! What the f***? Ich hab' vielleicht Deckung geben könnten. Weil ich bin ja hier... Ach du Scheiße! Ich muss mal grad sterben, weil ich davon einen Clip machen muss. Oh mein Gott, Junge! Päger! 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 Aijiaiaiaiai! Das ist schon gleich mal die ganze Rüste ranloben, oder? Oh, lol! Päger! 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 Ja, aber die haben immerhin 10 Belastbarkeit, 70 Gesamt und 22 Stärke, hau rein Thomas. Ich bin zur Gefahr, ich konnte nichts mehr machen. Es ist nur nicht mein Gegner übrig. LOL, der portet sich komplett durch die Gegend, das hab ich auch noch nie gesehen. Ich hab's ja gesagt, das sind nur Boxen. Drei Gegner weniger. Zone C erobert. Der vorteil liegt bei dir. Ja! Zwei für eins. Zwei Gegner weniger. Ich mach das. Oh, das wird super knapp, weil ich halt auch noch absolut Slow bin. Lauf! Das schafft ihr nicht. Schieß! 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 Ich hab den Lichtmacht nicht bekommen! Wartet, wartet, jetzt bitte, lasst mich euch bitte benehmen. Ich hab in der Slow-Wolte nicht mitbekommen, dass ich den nicht bekommen habe. In der Slow-Wolte von dem Koloss anscheinend hab ich das... Ach man! Ist immer so komisch verpackt. Autsch! Ich hab gerade mit Mach 3 Eier in mein Gesicht bekommen. Das ist ein Kingsfall, sogar der Weekly Ray. Ja! Ich hab's gesehen! Was ist das? Ich hab mich gerade umgedreht und einfach genug gesehen, wie Sascha an mir vorbeigeflogen hat. Ja! Same, aber... Sascha, was noch? Ich hab ein einziges Mal Spitzenblut bekommen. Jetzt auch noch einen Raid abkommt. Loll! Ich hab zwei 1.000 Stimmen bekommen, was? Hä? Ich hab was? Ich hab grad zwei 1.000 Stimmen auf deiner Truhe bekommen? Ich kann mir keine Waffen kaufen, die Truhe ist verbuggt. Ich gucke erst nicht, dass ich... Ja, sonst schreit nach noch mal nem Run. Wir müssen den Backe... Ja, noch mal ehrlich, danke! Egal! Ich glaub, Erik ist auch in dem Moment aus dem Inventar gekommen, wo ich... Ich war dann wirklich verwirrt, ja. Jetzt ist die Probe schon mal. Hahahaha! 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 Ich kann nicht aufstehen, witzig! Perfekt! Ähm... Thomas? Perfekt genannt. Ich kann, dass das funktioniert sein, so gut. Hahahaha! 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 Das sieht so gut aus, ey! Hahahaha! 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 Scheiße! Oh je! Oh je! Die sind... Die sind... Hahahaha! 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 Und alle hoffen, wenn eine Klinik-Ladung vorhanden ist. Die werden einfach elektromagnetisch beschwimmigt. Mhm. Mit Feuer. Ja. Ja. Oh je! Hahahaha! 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 Wie geil! Das war mal! Ahh! Belachen! Neu ausgelöst! Neu! 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 Tja! Tja! Cerville, du bist tot! Tja! 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 Guter Angriff. Sehr guter Angriff. Ja, aber dieser hat sich weggeschoben. Gut, gleich muss ein... ...Verbinden beim Main mit Quotraten bis zum Ende und einmal machen wir Ecclare, oder? LOL! Was hab ich da gerade gesehen? Der Boss ist gerade unter der Brücke durchgeflogen, durch so ne Lücke. Das war einfach von der Gier. Das ist okay, aber ist auch legit gar nicht mehr dabei. Der Boss hat mich gerade runtergeschmissen? Weil er schon wieder unter der Brücke durchgeflogen ist? Schon wieder? Das große Spawn geht los, ich bin im Lande an den Flug. Ja. Ja. Die Hälfte gibt's... Keine Weißglings. Nee, ich dachte um Zingles ist halt ein höherer Damage-Buff. Renn ich mir mal. Ey Leute, was ich gerade auch gemacht habe, ist auch wieder komplett dumm, Alter. Eieieiei. So ein bisschen... Ah, jetzt soll ich sein. Ich hatte die Worte... Oh ja. Kim. Oh. Kim war zum Fake. Was? Was? Aber warum hab ich dich gekillt? Und, äh... Ja, moin. Oh, ne, so neu, Alter. Ich sterb das durch rein, Alter. Was? Der hat mich drüben in die Wand geswipt! Oh mein Gott, ich bin in der Kalle gesprungen. Alles klar, Diggi. Alles klar, oh shit, der Rest hinten. Der ist schon wieder durchgegangen, Kappa. Der Rest ging schon wieder durch, Diggi. Die Dinger sind legit... Er versucht, meinen Nades zu verschießen. Ah, das. Amen. Das hast du nicht gesehen. Hm? Ich hab gar nichts gesehen. Ich war einfach... Ich würde sehr viel KvA spielen. Vielleicht laufen die ständig, äh... Guck mal, wie der... Oh Gott. Habt ihr das gesehen mit dem Warlock-Ding gerade? Der Dinger hat ne Warlock-Mannkirche. Oh, Steely hat wieder gekickt, ey. Ich hab die Animation wirklich gesehen. Ohohohohoho, der war nicht in Ordnung. Der war nicht in Ordnung. Aus meiner Perspektive, weil ich so schräg hochgeguckt habe. Ich hab einen, der Spawn in Kristalle. Ah. Ich hab einen, der Spawn in Kristalle. Hehehehe. Loil. Das war ja viel Loil. Solo, äh... Grube einfach... Dank Niklas. Einfach die Scheiße da gemacht und easy. Ah meinst, ähm... ै... Ach, da what inteligeneちょっと hämmen. Jap, hab ich nicht mehr. Nimm. Nimm. Ja, dann... Da denk was anders an Ja? Hab ich nicht. 衝l. Nein, es ist nicht. Lass mal ein paar Patrouillen machen. Ja, wirklich. Jan, ich glaub du hast die unsichtbare Hand gefunden, kann das sein? Ja, weil mich wundert das, weil da hinten sind nämlich ähm... Was mache ich denn, was ist denn das für Scheiße, wir sind voll auf Schaden, oder? Nochmal neu, ja, nochmal. Nochmal neu, bitteschön. Ich hab noch nie gesehen, dass Thomas so schnell, nachdem er was falsch gemacht hat von der Netze. Na, Johnny heißt du, vielleicht ist Kloven. Der ist ein Kloven. Ja, wie sie da stehen. Holy Shit. Boah, reicht. Und ich weiß nicht, hast du Clone Wars gesehen, Niklas? Äh, nein, aber da steht sie so quasi auf der Liste. Ja, Clone Wars ist schon ganz cool. Ja, da ist auch, also das ist nicht so wichtig wie Rebels für Ahsoka, aber da weißt du halt, was mit ihr in dem Jedi-Orden passiert ist und warum sie immer sagt, sie ist kein Jedi und so. Ähm, ja. Aber ansonsten, ich muss die dritte Folge noch gucken, das mach ich jetzt gleich auch, Alter. Mach den Kel Kestis. Das klingt ein Jedi, du Spaß. Kann dir nix. Ja, irgendwie sind alle neun Jedi, die jetzt gekommen sind, keine Jedi. Ja, aber ganz im Ernst, ich mag Kai Setztis richtig gerne. Also, Strauss und Drawer war mega. Ich mag ihn auch, aber Digga, er ist schon lost. Also, dass er sich erst an alles erinnern muss, damit er das alles... Guck mal, der war... Ja, das fühl ich, das fühl ich. Guck mal, der war früher... Thomas, Thomas, der war elf oder so, als die Klone sich gegen Jedi gewendet haben, ja. Er hatte auch dieses Schiff, wo er war... Er hat auch alles unterdrückt und so, aber ist ja okay. Er hat auch ein paar Klone, mit denen er eigentlich richtig gute Freunde war, wo er dachte, so, der könnte ihm vertrauen, dass er seine Partner und Gefährten im Kampf zu seinem Meister ist. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, einfach ein schweres Trauma, ja. Ich glaube, das ist schon akzeptabel, dass er nicht richtig... Aber, aber, guck mal, der Typ kann es schon mit der Macht umgehen. Zum Beispiel hat er die Survivor. Ja, aber nur schlecht, weil er hat die ja auch jahrelang nicht verwendet und er hat tierisch Angst. Und dann kommt er nicht mal auf die Idee. Er kommt nicht mal auf diese Idee, Dinge damit hochzuheben oder runterzuheben, Digga. Wie kann man so los sein? Er wird fast von zwei Geschützen gekillt und steckt sich hinter der Ecke und muss sich erst mal an sie erinnern, wie sie ein paar Klon-Truppen in so einen Abgrund mit der Macken stößt haben. Während er fast von zwei Geschützen penetriert wird. Ja. Wie kann man so lost sein? Ja, wirklich. Ich glaube, da trifft Realität auf Spieldesign, ja. Das ist so das Hard Limit. Im ersten Teil, Digga. Bevor man den Doppelstrumpen lernt. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Kummer? Der wird immer lauter, immer aggressiver. Das war doch wirklich so. Ich dachte sich, Mensch, was war ein wunderschöner Tag, um ein Hater zu sein. Nach dem zweiten Teil ist er ein übelst mächtiger Jedi-Großmeister, ja? Aber er ist wirklich komplett lost. Junge, das ist ein Red Hat, was glaubst du denn? Ja, ein Red Hat mit einer heißen Goss-Freundin, so nämlich. Der ist einfach auf fucking lost. Warte, was? Na gut. Ich würde sagen. Meri, kennst du die nicht? Na gut. Hau rein, Tim. Ja, die verfehlen, das ist einfach wie Krotha gewesen gerade. Ja, guck mir zu, da siehst du Pieck-Lowens-Gameplay. Ich hatte gerade 100 Plottsberger, ich sag mir so, so schlimm müsste ich sein. Ja, erst mal verfehlen, sehr gut. Ups, ey. Was? Was ist passiert? Du warst ja nicht mal hier. Hä? Ja, nicht und Schaffer, die wär schon hart, oder? Ja. Irgendwas ist mit dem Spiel überhaupt nicht in Ordnung. Vielleicht hätten wir das auf Day One machen müssen, um die Challenge abzuschließen. Naja. Ey, ich... Guck mal, was man in der Reiche liegt. Was? Ich hab mich gerade selber in eine Solarkugel verwandelt. Cheating. Das ist cold bullshit. Unmöglich, dass ich so viel kommen müsste. Läu. Okay, ich muss ehrlich sagen, es hab ich wirklich null erwartet jetzt. Also... Es ist ja schon ziemlich gut. Part 19... Oh, ne, warum ne? Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Was so legit ist? Was so legit ist? Inzwischen bei meinen Titan. Ah, ich bin ja da beschäftigt. Ich hab Power Level 1595 und effe die grauen Standardarme an, weil mein... Weil die paar anderen Arme, die ich zuletzt an hatte, gesperrt wurden. Das ist schon eh, aber... Moment mal. Wie hab ich den Teezen gerade geheadshotet? Ich dachte, der Schuss wäre drei Kilometer daneben. Naja am Standpunkt... Diesmal sterb ich nicht. Komm, das richtig läuft, oder? Hau rein, also... Komm, gleich erst mal richtig große Gebunse. Ey, dann nicht. Und wir müssen Laksk Russia und Nahkampf machen. Na, hab ich mir auch gerade gefragt. Ja? Ich hab überall direkt vor der Festung gespawnt. Ich weiß ja nicht, aber ich auch. Aber ich glaube, das ist einfach der Sinn, damit du schneller wieder in den Kampf reinkommst. Oh mein Gott, ich hab ihn getötet! Komm mal zu mir, hä? Warum ist meine Treuhand so groß? Ich glaub, die ist immer so groß. Soll ich mal meinen Treuhand raushauen? Die ist niemals immer so groß. Digga, das ist einfach... Was ist das denn? Thomas, viele denken, dass ihr Ding größer ist als von anderen, ja. Aber ich glaube, die ist wirklich immer so groß. Die ist never im Leben. Ich hol jetzt meine Treuhand raus, vergleichen wir mal. Ob die so groß auf dem Rücken ist, was ist denn das für eine Überwaffe? Wie kannst du die überhaupt dann halten? Herr Cook, meine ist viel größer! Nein, die ist nicht viel größer! Doch, ich schwör auf alles. Nein. Dein Talenten ist einfach nur weiflich und deswegen kleiner als meiner. Deswegen sieht das so aus. Wie kann der Hüter die Treuhand halten? Der Thomas, die ist nicht so groß. Moin im Moin. Oh Mann! Oh Mann, ey. Du bist bockig einfach. Ja, ich hab das aber auch gemerkt. Ey, hallo. Gemeldet. Okay, Thomas, ich glaub den Kreis ist kaputt. Bitte sag mir nicht, dass der Hüter das alles umsonst gehabt hat. Nein, nein! Hier ist der Hüter! Hüter! Thorben war schon ein wilder Call. Hass. Ja, ja, ich weiß nicht mehr was. Oh, lol! Was ist das denn für... Das macht hier richtig Anteos und Schulter-Charge. Das war ne Shot. Der hat mich weg, Digga. Der hat mich weg. Ja, komm, f*** mich halt, Digga. Ich hab keinen Bock mehr, diese Boxen hier. Einer kommt von der anderen Seite, der andere. Der andere kommt auch jetzt von der einen Seite. Digga, du bist besser. Ich wollt schon ne Wette machen. Aber ich hab's dann gelassen, weil ich nie schon gewusst hab, dass du's klappst. Ach du Scheiße. 10 Sekunden. Ich freu mich nicht aus, Digga. Du bist so bezau'n. Boah, Digga, ey. Das war ja ein Wurf wie Götter. Die NFL sollte mich draften. Die ersten paar sind ziemlich gut. Den dritten hab ich, glaub ich, nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich hab tatsächlich mir gestern Teil 1 und Teil 2 hinbeguckt. Oh mein Gott. Oh, ja. Nicht gut. Ho ho ho. Ho, ho boah, jaw ja. Oh mein Gott. Hilloschiro, aber das macht nichts? Ich hol ihn. Him' shadow, er Sheila. wir haben auch wieder gebrochener Mann nach den Räden ist das geil wenn die Macht ein Schaum und dann nimmt das Relikt was bei Fietz nicht vor ist und Jan siehst du das Relikt was jetzt da so halber höher ist das nimmst du gleich stell dich da hin und guck das nicht geliebt wird oh mein Gott das kannst du dir nicht ausdenken das Timing auch ja komm oh läuft's okay das ist ungünstig